Willkommen zum Mastery-Video des Lernzyklus Gleichungen lösen mit Äquivalenzumformungen. Hier spricht wieder Philipp. Im letzten Video haben wir Gleichungen mit dieser Checklist gelöst. Zuerst haben wir die Ausdrücke geordnet, dann gleichwertige Ausdrücke zusammengefasst und danach mit Äquivalenzumformungen die Gleichungen gelöst, indem wir die Ausdrücke mit x auf die eine und die Zahlen auf die andere Seite gebracht haben. Ich zeige dir jetzt, dass wir bei manchen Gleichungen noch eine Sache tun müssen, bevor wir mit unseren bekannten Schritten weitermachen können, nämlich Klammern auflösen. Sehen wir uns das anhand einer Gleichung an. Es ist soweit. Wir lösen die Gleichung, die wir im Intro das erste Mal gesehen haben. 2 mal in Klammer x-1 ist gleich 17 plus x. Noch bevor wir mit unseren bekannten Schritten weitermachen, lösen wir als erstes die Klammern auf. Hier noch einmal unsere Vorgangsweise. Noch bevor wir gleichwertige Terme ordnen und zusammenfassen, lösen wir Klammern auf und machen dann weiter wie gewohnt. Auf der linken Seite wird 2 mit der Klammer multipliziert. Wir müssen also jeden Ausdruck in der Klammer mit 2 multiplizieren. Oft wird das mit Pfeilen gekennzeichnet. Die rechte Seite können wir einfach abschreiben, denn hier gibt es keine Klammer, die wir auflösen können. Werfen wir noch einmal einen Blick auf unsere Liste. Die nächsten Schritte wären das Ordnen und Zusammenfassen von gleichwertigen Termen. In diesem Fall können wir diese Schritte auslassen, denn auf beiden Seiten steht jeweils ein Term, der x enthält, und ein Term, der nur aus einer Zahl besteht. Wir machen also weiter mit Äquivalenzumfarmungen und bringen die Ausdrücke mit x auf die eine und die Zahlen auf die andere Seite. Wir können uns wieder entscheiden, auf welcher Seite die x bleiben sollen und auf welcher Seite die Zahlen. Ich entscheide mich wieder dafür, die linke Seite von minus 2 zu befreien und die rechte Seite von x. Die erste Äquivalenzumfarmung lautet also plus 2. Auf der linken Seite bleibt dann noch 2x übrig. Und auf der rechten Seite berechnen wir 17 plus 2 ist gleich 19. Jetzt müssen wir noch x subtrahieren, denn wir wollen, dass auf der rechten Seite nur mehr eine Zahl übrig bleibt. Ziehen wir auf der linken Seite von 2x 1x ab, so erhalten wir 1x. Und auf der rechten Seite bleibt nur mehr 19 übrig. Unsere Gleichung ist gelöst. x ist gleich 19. Hier kommt die letzte Aufgabe, die ich mit dir gemeinsam lösen möchte. 4 mal in Klammer 2x minus 5, Klammer zu, minus 2 ist gleich 5x plus 2. Erinnere dich an unsere Checkliste. Jetzt bist du dran. Drück auf Pause und löse die Gleichung selbstständig. Im Anschluss kannst du dir meinen Weg ansehen. Als erstes lösen wir die Klammern auf. Das heißt, wir multiplizieren sie aus. Ich kennzeichne das wieder mit Pfeilen. 4 mal 2x ist gleich 8x. Und 4 mal minus 5 ist gleich minus 20. Die restliche Gleichung bleibt noch unverändert. Der nächste Schritt ist das Ordnen. Ich markiere wieder alle Ausdrücke, die x enthalten und alle Ausdrücke, die nur aus Zahlen bestehen. Bei dieser Gleichung können wir den zweiten Schritt auslassen, denn die Ausdrücke sind bereits geordnet. Wir können also mit dem Zusammenfassen weitermachen. Auf der linken Seite können wir die beiden Zahlen minus 20 und minus 2 zusammenrechnen. Von minus 20 werden noch einmal 2 abgezogen. Minus 20 minus 2 ist gleich minus 22. Sonst können wir keine Ausdrücke zusammenfassen. Wir lassen sie gleich wie in der letzten Gleichung. Jetzt sind wir wieder bei den Äquivalenzumformungen angekommen. Wie immer wollen wir alle Ausdrücke mit x auf die linke und alle Zahlen auf die rechte Seite bringen. Um auf der linken Seite die minus 22 aufzulösen, rechnen wir auf beiden Seiten plus 22. Auf der linken Seite bleiben nur mehr 8x übrig. Und auf der rechten Seite addieren wir 2 plus 22 ist gleich 24. Nun wollen wir die rechte Seite vom Ausdruck, der x enthält, befreien. Um die 5x auf der rechten Seite aufzulösen, rechnen wir auf beiden Seiten minus 5x. Auf der linken Seite berechnen wir 8x minus 5x ist gleich 3x. Und auf der rechten Seite bleiben nur mehr 24 übrig. Wie fast immer dividieren wir als letzten Schritt durch die Zahl, die vor dem x steht, um den Wert von einem x zu erhalten. Auf der linken Seite erhalten wir nun ein x, denn 3x dividiert durch 3 ist gleich x. Und rechts berechnen wir 24 dividiert durch 3 ist gleich 8. Und wir haben unsere letzte Gleichung gelöst. x ist gleich 8. Gratulation! Du hast den Lernzyklus Gleichungen lösen mit Äquivalenzumfarmungen erfolgreich absolviert.